So, hier bin ich wieder, Amos aus Ostfriesland. Jetzt geht es den Sommer, also zum Frühjahr hin. Und nun wollen wir mal sehen, man kann das auch hier draußen sehen, wenn wir hier so in die Runde schwenken, die Sonne scheint, die Jalousiden sind offen und die Kühe sind noch sehr ruhig. Und wenn wir jetzt mal einfach eine Tür öffnen, was dann passiert? Ich glaube, dann kommt ein wenig Stimmung in den Stall. Nur durch das Öffnen der Tür ist auf einmal Unruhe angesagt. Auch die Kühe begrüßen das Frühjahr und hoffen natürlich ganz schnell nach draußen zu kommen. Wie wir Menschen auch, man kann fast sein eigenes Wort nicht mehr verstehen, genießen wir natürlich auch die Sonne und die frische Luft. So, dann lasst mich auch mal ein wenig reden. So, das war es mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland. Bevor ich nun gar nichts mehr verstehe, oder ihr mich nicht mehr versteht, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.